Jetzt möchte ich mich mit euch über Sachen unterhalten, wie ich meinen Körper entgifte und wie ich den Körper wieder aufbaue. Also was ich zum Beispiel zum Entgiften mache, ist diesen Sepper benutzen, jeden Tag eine halbe Stunde. Der wird eingeschaltet und gibt kleine Stromschläge ab und der tötet Viren und Bakterien. Und dann nehme ich viele Bitterkräuter, um die Leber zu entgiften. Ich mache Salzbäder, ich mache Apfelessigbäder, ich mache Backpulverbäder, dann trinke ich viel Miso-Suppe. Das ist auch bei, wenn man viel Strahlenbelastung hat. Dann nehme ich Wasserstoffperoxid, von dem 30% nehme ich 10 Tropfen pro Tag. Das ist sehr giftig, wenn man das übertreibt, deswegen sollte man das nicht übertreiben. Das gibt im Körper Sauerstoff und ich nehme das über den Tag verteilt, nicht alles auf einmal und immer in Wasser aufgelöst. Dann trinke ich viel Zitronenwasser, also Zitrone im warmen Wasser, weil das das Lymphsystem anregt, früh gleich. Dann trinke ich Ingwer, um das Immunsystem zu stärken. Ich nehme viel Magnesium, viel OPC, das ist aus den Weintrauben, aus den Schalen, der Extrakt. Und der hat sehr viel Antioxidantien. Dann nehme ich sowas wie Triflex, da ist dann viel MSM drin, das ist eine Form vom Schwefel, ein weißer Schwefel. Und der hilft bei den Gelenken, Schwefel hilft ja eh immer für die Haut und für die Gelenke und alles und zum Entgiften. Ich nehme Vitamin C und ich nehme Trifala, das sind drei bittere Kräuter aus dem Ayurveda. Die sind gut für die Haut und für die Augen. Dann nehme ich viel Adaptogene, wie zum Beispiel Ashwagandha, Ginseng, Oleudorococcus. Adaptogene sind immer gut, wenn man viel Stress ausgesetzt ist, damit man sich besser an den Stress anpassen kann. Ich mache außerdem diese ayurvedische Sauna, vielleicht einmal die Woche, das hilft beim Entgiften. Dann mache ich das ionische Fußbad, das hilft auch beim Entgiften. Das sollte man aber das erste Mal, wenn man es macht, eine Woche lang jeden Tag machen und dann höchstens drei, vier Mal. Weil sonst ist es so, dass das dem Körper zu viel Mineralien entzieht. Genau. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich sonst noch mache. Ich nehme alle Arten von Kräutern, wenn ich irgendwas habe, alles bio und so gesund und natürlich wie möglich. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann schreibt es einfach in die Kommentare unten und ich werde es dann beantworten. Ciao.